Aus, wuhu! Sehr schön. Das Mikrofon kann es mir geben. Aber jetzt haben wir was ganz Schönes. Eine Überraschung mit Einrädern. Da bin ich ja mal gespannt. Gleich drei Stück. Dann kommt man hoch zu mir. Oh oh. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ja, das können wir wegtun. So, Moment. Dürf ich dich mal ganz kurz was fragen? Was erwartet uns denn jetzt? Eine Einradkürpräsentation. Mit Musik. Okay, seid ihr bereit? Seid ihr nervös? Sie sind nervös, aber sie bekommen schon mal einen Applaus, oder? Okay, dann eure Bühne. Viel Spaß. Wow! 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 Musik 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 Das war? Ja! Jetzt muss ich euch mal fragen, das muss doch richtig schwer sein, oder? Mit der kleinen Bühne schon. Ach so, aber sonst ist es eigentlich nicht schwer, das Einrad fahren? Nee. Auf was kommt es denn drauf an? Gleichgewicht. Okay, ich probiere das jetzt nicht aus, aber...